Ich saß da tatsächlich auf der Couch und habe mit meinen Jungs Fortnite gezockt. Also ich habe erst mal gesagt, ich muss mal kurz Pause machen und habe das dann auch den beiden direkt erzählt. Dann habe ich meine Familie angerufen. Ein paar Stunden später habe ich dann, glaube ich, auch direkt Niklas angerufen, also Philipp. Ja, der Eindruck war sehr, sehr krass, würde ich mal sagen. Ein Riesengebäude, muss man erst mal klarkommen, würde ich mal sagen. Gerade auch als Neuer, der das zum ersten Mal sieht. Ja, es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, alles sehr, sehr ernst genommen, wahrgenommen. Ich freue mich natürlich über jeden Tag, den ich hier sein darf und sauge sehr, sehr viel auf. Es war für mich eine Ehre, da mit den Jungs auf dem Platz stehen zu dürfen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich kann mich jeden Tag mit den Jungs weiterentwickeln, jeden Tag mehr dazulernen. Und dafür bin ich hier und das will ich auch tun.